ja hallo liebe leute und willkommen zurück auf meinem kanal und heute liebe leute melde ich mich einfach mal aus meiner krankheitsphase ja also meiner stimme geht es ein bisschen besser und habe deswegen mal einen kleinen härtetest durchgeführt und ja ich werde gleich ein liedchen trillern ja es ist unfassbar unglaublich und ja ich wer hatte wer hat das denn erwartet also ich nicht ja und wer jetzt sagt was ist denn das was kommt er da jetzt für ein lied auf uns zu ich blende mal einen ganz dezenten hinweis mit ins bild wenn das licht beginnt und ja vielleicht errät der ein oder andere ja um was für ein titel es sich handelt und ja schreibt es doch mal die kommentare vielleicht erratet ihr es ja gut bis dahin ich gehe jetzt zum geburtstag von meiner motto und dann gehe ich mich damit tee besaufen okay bis dahin und viel spaß bei dem titel oh na Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad rarum RUM-DUM-DUM-DUM La-da-da-dam, la-da-dam, 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 la-da-da-dam, la-da-dam, 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 la-da Rundfunk